Alle Infos zum Comeback der Victoria's Secret Fashion Show Victoria's Secret ist eine der beliebtesten Dessous- und Unterwäschemarken der Welt. Besonders die Fashions House waren über viele Jahre in aller Munde, schließlich treten dort die berühmtesten Molls und größten Musiker auf. In den vergangenen Jahren erntete die Luxusmarke jedoch immer wieder heftige Kritik wegen ihres Images, es sei nicht genügend Repräsentation für Diversität unter den Molls. Das soll sich mit der neuen Show nun ändern. Am 15. Oktober werden die sogenannten Engel endlich wieder über den Laufsteg schweben. Unter den Molls werden sich die altbekannten VS-Legenden Tyra Banks, 50, Adriana Lima, 43, und Gigi Hadid, 29, befinden, doch auch Candice Wannepool, 35, Iman Hammam, Grace Elizabeth, Barbara Palvin, 31, und Paloma Elceser werden wieder mit dabei sein. Das alles gab der offizielle Account auf Instagram bereits bekannt. Zum ersten Mal in der Geschichte werden allerdings auch kurvige Molls. Natürlich wird auch wieder für musikalische Unterhaltung gesorgt. Um die Rückkehr der beliebten Showgebühren zu feiern, dürfen Megastars der Musikwelt selbstverständlich nicht fehlen. Deswegen werden die südafrikanische Nukamorin Tyler und die thailändische Popprinzessin Lisa Manobow, 27, von Blackpink ihre Hitsongs auf der Bühne zum Besten geben. Doch das ist noch nicht alles. Auch Cher, 78, wird eine Performance abliefern und bildet somit die Spitze des Trios. Wie die Marke selbst im Netz preisgegeben hat, ist es das erste Mal, dass alle musikalischen Acts weiblich sind. Die Show wird dieses Jahr in New York City stattfinden und kann über verschiedene Plattformen wie YouTube, Amazon Prime und TikTok gestreamt werden. Doch woher kommen der komplette Umschwung und der Drang, das Image der Marke zu verändern? Zum einen waren viele Fans sehr unzufrieden, dass die Molls auf den Laufstegen immer in das gleiche Körperbild passten, groß und schlank. Der Wunsch nach mehr Diversität. Untertitelung aufgrund der Audioqualität nicht geg resiliencyen, politics bestse using der Hobbes поз sickerangle wohnt. Untertitelung des ZDF, 2020